Wie hast du die Choreo erlebt? Hast du mal rüber geschaut, als die Hymne gelaufen ist? Ja, auf jeden Fall. Also das waren tolle Eindrücke. Ich war ja selber Protagonist damals gewesen und die Fans haben sich echt was einfallen lassen und es sah sehr schön aus. Und ja, haben natürlich der Thomas und ich schöne Erinnerungen gehabt, als wir das gesehen haben. Ich hätte natürlich gerne mich in die Torschützenliste eingetragen oder einen aufgelegt. Hat in ein paar Situationen ganz gut ausgeschaut, aber klar, wir haben ihn nicht über die Linie bekommen in der ersten Halbzeit, schon ein paar Szenen. Aber ja, das ist Fußball. Also man kann es sich nicht jedes Mal aussuchen. Man kann es immer nur wieder probieren. Das war ein schwieriges Spiel, weil Kopenhagen war bereit. Wir auch, aber das war ein schwieriges Spiel. Ja, ich bin sehr froh, dass wir das Spiel wieder anfangen haben. Es war wirklich ein langer Zeit, und für mich ist es ein großer Schritt. Und natürlich, ich will heute gewinnen, aber es war sehr schwer gegen dieses Team, weil sie sehr tief spielen. Aber ja, wir versuchen unser Bestes auf der Piste zu finden. Und ja, wir versuchen, eine Lösung zu finden, aber wir haben es nicht gefunden. Und jetzt, adieu. Und jetzt, adieu. Und jetzt, adieu. Es war sehr schwierig gegen diese Mannschaft zu spielen. Der Trainer hat uns schon vor dem Spiel darauf aufmerksam gemacht, dass sie gut gestaffelt sind, dass sie viele Spieler in, sage ich mal, der gefährlichen Zone rund um den Sechzehner haben. Und dass es da viel Arbeit, viel Invest, einfach Gebrauch, um Kopenhagen da auch weh zu tun. Ein bisschen wenig Aktivität hatten wir gerade auch, so in der letzten Linie. Und wir mussten uns den Gegner eigentlich zurechtlegen. Das hat nicht immer funktioniert, weil Kopenhagen das auch echt gut gemacht hat. Aber grundsätzlich sind wir dann am Ende froh, dass wir da in der Situation auch noch die Null halten konnten. Aber mit mehr Aktivität wäre, glaube ich, auch mehr gegangen heute. Uns ärgert das schon, dass wir heute nicht die drei Punkte geholt haben. Gerade beim vollen Haus zuhause, Champions-League-Spiel, alle freuen sich auf das Spiel und wir wollen immer unser Bestes geben. Und deshalb ist ein Spieler, der das rot-weiße Trikot anhat, nie zufrieden mit dem 0-0 zuhause. Das letzte Mal, wir müssen das Beste machen, spielen mit Erd, mit alles, mit viel Energie. Und dann werden wir gewinnen. ische� добр wir 1 ión 7 Aus 4 4 4 5 5 6 7 7 8 10